Und jetzt müssen wir hier nur noch wegkommen. Ein Bulldozer! Eine Planierraupe? Da hinten war eine Straße. Ey, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Vier Sterne, SWAT! Ich möchte leben! Ja, leben ist bei uns gut. Boom! Was machst du? Die hätte ich nehmen sollen. Ja, genau. Nein, 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 nein. Vergiss es, vergiss es. Ich lebe noch, ich lebe noch. Ich bin tot. Was ist das für eine beschissene Mission? Wir nehmen eine andere. Ja, Freunde, also das... Na, guck mal. Wir haben aber genügend Respekt. Wir brauchen neue Munition, ne? Ja, dann gehen wir mal in den Waffenladen. Ja, null, null, sieben, drei. Da, links. Praktisch. Kann man zu Fuß hingehen? Ja, direkt neben dem Polizeigeschäft. Naja, das war krankenreich. Ne, ich bin erwischt worden von der Polizei. Ah doch, echt? Ja. Hat er gedacht, das wäre krankenhaus. Weil tot. Hi. So. Auf jeden Fall. Ne, das nicht, das nicht, das nicht. Rüber, genau. Möchene Pistole, möchten wir direkt eine MP. Denk dran, du hast nur 533 Dollar. Können wir uns einmal 100 Schuss holen. Ne, noch mehr, Muni? Ja, komm, mach das Ding voll. Jetzt gleich, na, jetzt da einmal für die MP. Ja, für die MP können wir uns nicht leisten. Doch, 100, oder? Ach, ne, 400. Ach, ja, scheiße. Ach, nee. Aktuelle Munition 144. Damit kann man was anfangen. Nein, bist du, bist du wahnsinnig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was er da macht. Awww. Ein Raubüberfall. Ja, jetzt haben wir zwei Kopfstern. Kriegen wir weg. Kriegen wir weg. Bitte. Lass mich rein. Baa. Du hast eine Entführung bekommen. Was? Warte, mach mal auf Start, fahr zur nächsten Mission. Wenn du die Mission annimmst, dann, äh, haben wir da. Keine Probleme mehr mit. Runter. Da rechts oben. Das hier? Ja. Ne, weiter, weiter, geradeaus, weiter, geradeaus. Ne, wieso? Wolo? Klingt ja. Er lebt noch. Ja, ich weiß nicht, was meine, meine, meine Capture Card hier immer hat. Wir sitzen hier, bewegen uns überhaupt nicht und auf einmal, zack, ist das Bild weg. Weil Capture Card, da links, 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 links. Hat das Signal verloren. Es wäre echt, wenn ihr da weggehen würdet. Angeschossen. Wie? Wie ich schon gesagt habe, wir werden noch nicht mehr verraten. Warum nicht? Denn ich bin nicht ein psychopatiker von Johnny Gatt. Fair genug, also was der Plan ist? Ein von meinen Jungs called und sagte, dass sie einen L.C. mit einem 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 L.C. Wahrscheinlich mit einem L.C. mit einem L.C. Aber das ist nur ein Bonus. Unsere Ziel ist der Plan ist der Plan. Ich brauche ihn zurück. Ich brauche ihn zurück. Es ist nicht gut für uns. Was für den Plan ist? Wir brauchen den Plan. Schau erst. Und dann erzähle ich dir das Rest der Plan. Ich sage nur, es wäre schön, zu wissen. Verdammt, Troy. Was ist mit all den Fragen? Warum kannst du nicht wie mein Mann hier sein? Schau. Dex. Könntest du den L.C. mit einem L.C.? Siehst du? War das so hart? Okay. Hier ist das Plan. Geh mir zu dem Truck, so dass ich das Baby verjagt habe. Wenn ich in bin, mach sicher, dass ich ihn zurück in einem L.C. Okay. Also er macht es für uns. Ähm. Ich weiß nicht, warum ich hier in diesem Spiel so Probleme mit Geld habe. Das war in den anderen Sense-Murteilen nie so das Problem. Nie. Klar, man hat, wenn man dann nachher shoppen war, kein Geld mehr gehabt. Aber man konnte sich immer gut ausstatten. Ja, vielleicht haben wir hier bisher diese Geld-Methoden nicht gefunden. Oder die Mission, bei der man richtig Cash machen kann. Tja. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Weil es wäre schon die Mission gerade... Okay. Ähm. Es ist halt so die Frage, weil die ganzen anderen Mission... Ich meine, gut, das können wir nachher mal probieren. Wo es Geld gibt. Aber das war jetzt auch nicht so viel massig. Das ist, äh... Da rechts. Vielleicht haben wir jetzt hiermit ja mehr Glück. Ja. Aber wir müssen den Truck empführen. Ich weiß nicht, wie das Großgeld bringen soll. Naja, es ist eine Hauptmission, ne? Okay. 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 Take care of my truck better than you do your car. My truck... Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Ganz ruhig. Aber wie muss ich denn fahren? Da rechts kommt er jetzt. Und dann links. Dann nochmal rechts. Oh. Da ist er. Geschütze, Tony Gut Da war noch einer, oder? Da war noch einer Schnuschen mit dir Ah, er fährt, er fährt, er fährt Und du hast dich festgefahren Nein, nein, ich hab jetzt ja wieder Platz Sehr gut Jetzt muss nur der Truck durchhalten In meinem Leben Du musst, du musst auf deinen Truck warten, ne? Ich mach jetzt hier footballmäßig Den Quarterback Deckel alle weg, die hier Der Lastwagen oben hat auch eine Lebensanzeige, siehst du die? Ja, die steht noch recht gut Aber ich glaub, da kommt noch was Das glaube ich auch Ich glaube, mein Wagen ist nicht gut genug gerüstet Das Ding ist, wir haben einen Kopfstern und zwei Bandensterne Und es passiert nichts Ah, danke Doch, da Okay Da war ein Prellbock Ja, nicht schlimm, wo dann muss ich? Immer dem Lastwagen hinterher Hier wird nämlich gerade verfolgt und beschossen Weißt du, und das finde ich jetzt so ätzend von der Steuerung her Du musst jetzt fünf Sachen gleichzeitig machen Raus, raus, raus Und jetzt legt es Fährt der Wagen noch? Ja, Gott sei Dank So geht der Wagen kaputt? Der andere aber auch Das Problem ist mit der Pistole anzuschießen Ist ätzend, ne? Ist sinnlos Na, ist vor allem sinnlos Ich weiß nicht Ich kann einfach nur hoffen, dass wir im Endex-Pohre ankommen Oder sie sich halt wie hier jetzt festfahren Na ja, nur Troy fährt nicht los, bis du nah genug dran bist Ja, Leute, fahr doch einfach durch Gibt es denn nicht Gas, oder? Na Ne Willst du das mal probieren? Oh, was sind das für Missionen, Mann? Probiert jetzt mal Die Teile auch schon wieder megamäßig lang Megamäßig nichts geschafft Ja, aber wirklich So ein Kack Jedes Mal die Faff Kann ich auch so rumfahren? Sieht nicht so aus Vor allem, Troy macht er noch irgendwie gar nichts, sobald der im Laster sitzt, hab ich das Gefühl, ne? Ne, der schießt doch gar nicht Ich bin auf dem Rad Und es ist das Zeit der Monat wieder Wir müssen in den neuen Produkten Und wenn das nicht Yo, Mann, zwischen dir und mir Ich war gut mit cleanin'en Aber gehst in das Drogen Nicht cool, all right? Someone sollte Talken mit den Julien Die Stor ist 15% off Aber wie Fossilfuel This sale Won't last forever All jute ponchos Wicker sandals Und haf underwear All on sale And 15% off Ich weiß, Lopez Once wir von ihm Er ist nicht so Er ist Ich möchte jetzt nicht hoffen, dass jetzt alle Missionen so scheiße schwer werden Weil irgendwie die letzte Das letzte ist aber echt gut durchgekommen, ne? Und jetzt plötzlich so gar nichts mehr Ja Wir müssen wieder dick werden Das wohnt Das wohnt mich jetzt auch so ein bisschen Planet Asia Featured Prodigy With Stick and Move On Scissor 101.69 Nein, hä? Was ist denn? Was hab ich denn gemacht? Er ist rückwärts gefahren Ja, was hab ich denn jetzt bitte gemacht? Ich hatte überhaupt keinen Korb Ey, das kann jetzt wohl nicht sein Ich hab überhaupt nichts gemacht Ja, dann geh doch Da siehst du die? Dass die irgendwie nicht Ja, die lebt immer noch Also manchmal fallen die nach dem leichtesten Shit um Und manchmal Ja Ja Ich hab mir gedacht, wie viel der jetzt schon abgefahren hat Diese scheiß Kamera dann auch Er ist wieder auch schlimmer weg Der hat auch nur die Knarre jetzt gerade da, ne? Ja Eine andere Waffe können wir uns gar nicht auswählen Können wir uns gar nicht leisten Haben wir auch gar nicht Na Oh, fahr doch mal ein bisschen schneller Wo muss der überhaupt hin? Ach du Scheiße Komm, wir waren aber hier schon drüber, oder? Ne, ich glaub nicht Guck dir das an, ey Und dann fährt der damit gefühlt 2 kmh Ja Und jetzt kommen die Fragen Fang auch wieder aus dem Nichts Ha, der hat mich angeschissen Komme ich, komme ich, komme ich, komme Und dann fährt er nicht los, weil sie fährt die ganze Zeit so lange, als würde er nicht losfahren Fangen jetzt hier gleichzeitig dann auch noch die Kamera justieren und fahren Ja Das ist nicht möglich Das ist echt nicht möglich Derjenige, der das schafft Der soll mir das zeigen Du brauchst hier 4 Ach Und einen Polizeiwagen, ja Du brauchst hier 5 Finger Es geht einfach nicht Es geht nicht, Freunde Man muss einmal Wo, wo der hinfahren soll Da muss man beschleunigen Und vor allem, da stehen die jetzt mit 3 Wagen oder so Was? Ich bin da? Ja, was denn jetzt? Ja, schon geschafft Ja, aber da Cool Was sind deine roten? Ja, was denn deine roten? okay no me viste gracias you should be nicer to the lady oye angelo metete la verga en su boca eso la callará vete el carajo mira lose come on mama don't be so sensitive i'll be inside señorita a moment if angelo is busy i can take you out tonight mr orejuela i couldn't nonsense it would be my pleasure unless you have a problem with me entertaining the lady no of course not good i'll see you at eight that's a lot of women you got there angelo i know i always thought she was a bitch hold on si que pasa que pero que pasó what is it that didn't sound encouraging everything is fine of course it is if you would excuse me i'm going to check on the señorita ese viejo sucio maricón yo le mato si él toca luz angelo you are my brother and i love you but if you let your dick fuck things up with the columbians i'm gonna cut it off forgive me hector don't let it happen again y que fue eso los pendejos in saint roo are the ones who took the shipment with the columbians arriving we can't show any weakness the columbians are already here all the more reasons to settle this now victor angelo gather your men together it's time to tear saint roo apart amir's actually geschafft ja die verlorene lieferung auftrag erledigt 500 es hat man ja mehr verschossen als man bekommt ja aber wirklich freunde wie es hier weitergeht sehen wir im nächsten teil bis dahin end evie wacht sanatio jo